Hahaha, ich bin so scary und ich werde dich aufessen. Ey, 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 nein, der kann reden, Hilfe, Leute. Joach, warte nicht, ich bin's doch nur, Mann. Ey, Lube, ich hab jetzt echt gedacht, dass du das wärst. Ich hab dich reingelegt. Junge, Moment mal kurz, das sind, guck mal da runter, was ist das da unten? Boah, das ist irgendein Schredder oder sowas. Oh Gott, da würde ich mich aber fernhalten, was in der Boden einstürzt. Und was ist das für eine Statue? Guck mal seine spitzen Zähne an, Mann. Yo, die spitzen Zähne. Hier, die Klauen, der hat auch so ziemlich komische Hände. Ey, Bro, wir müssen aufpassen, nicht, dass er uns da einsperrt. Hahaha. Oh, Bro, warte mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter. Du bist doch so scary. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin so scary, Mann. Die Leute sollen jetzt alle einen Daumen nach oben da lassen. Dann lass ich raus. Leute, ihr müsst jetzt einen Like da lassen, sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Drei, zwei, eins. Ja, Glück ab, Mann. Leute, vielen, vielen Dank. Und schreibt in die Kommentare ein Gefängnis-Emoji oder so. Wir gehen auf jeden Fall rein, Bro, würde ich sagen. Oh mein Gott, das war eine Falle. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, wir müssen ganz leise machen. Okay. Er mag es nicht, wenn sein Schlaf unterbrochen wird. Bro, wir dürfen auf keinen Fall laut machen. Deswegen ruhe ich erst mal ein Auto. So, nö, 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 nö. Nicht so laut sein, Bro. Der wurde aufgeweckt. Lauf. Warte mal. Wer hat uns gehört? Lumex. Mein Auto war zu laut. Bro, mein Auto war zu laut. Mein Auto war zu laut. Das ist scary. Oh Mann, Alter, ist der schnell. Hilfe. Der ist übel schnell. Bro, schneller. Er ist gleich hinter mir. Schneller, Bro. Er hat mich gleich, er hat mich gleich. Oh, ich hab einen kleinen Vorsprung. Bro, Bro. Das ist knapp. Das ist knapp. Das ist knapp. Komm schnell. Hä? Hat er dich eine letzte Sekunde bekommen, oder was? Ja. Wie? Ich hab keine Ahnung, aber ich muss das Ganze jetzt nochmal machen. Jetzt mach ich es aber besser, würde ich sagen. Wir nehmen die Abkürzung hier. Wir schneiden die Ecke. Oh, du weißt, wie das ist ein Auto. Hey, kann ich auf dir drauf springen? Warte, 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 warte. Ja, war. Es geht nicht. Es geht nicht. Hilfe. Es geht nicht. Help. I'm dying. Help. Oh Gott. Ich hab's hoffentlich. Oh mein Gott. Er hat mich in Mr. Scary reingefahren. Das gibt's ja nicht. Oh Mann. Leute. Hey, Bro. Ich hab einfach übel, ich merke, ich hab übel die gelbe Zunge. Ich hab von Fanta getrunken. Ja, wirklich. Wirklich. Ja, 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 ja. Wissen wir in welchem Fanta? Gelben Fanta? Äh, ja, gelben Fanta. Gelben Fanta. Aber manche hab ich auch ne blaue Zunge. Kennst du Takis? Ja, diese blauen Blumen. Ja, da hat man wahrscheinlich auch über die blaue Zunge von. Ja, boah, die sind auch sehr scharf. Ich mag sie, aber danach muss ich so dringend auf Toilette fünfmal fangen. Ja, aber auch krass in die roten. Hast du da ne rote Zunge? Die sind auch heftig. Yo, die sind auch lecker. Moment, hier steht, es gibt keinen Ort zum Verstecken vor ihm. Ey, Bro, guck mal. Die haben hier ganz viel Takis geschreddert. Das Ding ist übel rot, Bro. Yo. Oh, okay. Bro, die haben bestimmt nur Takis geschreddert. Bestimmt nur Takis, Bro. Ganz sicher. Noch ein bisschen mit Ketchup beigebrüßt. Ja. Ey, du hast bestimmt mal keine Lust, da reinzufallen, oder? Nein, 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 nein. Auf Wiedersehen. Nein, 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 nein. Nur Ex. Ja. Geht's ja nicht, ey. Oh mein Gott, der hat mich einfach hier reingeschmissen. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Lumex ist sein Gehilfe. Hast du's grad probiert? Er hat's probiert. Kann ich eigentlich drüberfahren? Oha, guck mal. Ah, doch nicht. Nein. Ich wurde auch getroffen. Aua. Okay, wir müssen uns konzentrieren, Bro, weil... Aber ich hab den Checkpoint. Ich helf dir, Bro, keine Sorge. Wir schaffen das gemeinsam. Oha. Oder auch nicht. So schlecht, Mann. Okay, aber wir müssen es jetzt langsam hinbekommen. Ähm, hier rüber. Oha. Oh. Okay. Let's go. Das war doch gut. Das war sehr gut, Bro. Das war sehr gut. Jungen, das wird ja immer schlimmer. So Leute, und jetzt ganz kurz eine Info für euch, bevor es weitergeht. Und zwar gibt es endlich neuen Merch für euch, passend zu Ostern. Das heißt, falls ihr auch eins dieser coolen Artikel hier haben wollt, wie zum Beispiel ein Pullover oder ein cooles T-Shirt, dann geht einfach auf den ersten Link in der Beschreibung und sichert euch noch heute euren Merch. Wie immer gibt es eine signierte Autogrammkarte dazu. Und ganz wichtig dabei, seid schnell, denn das Ganze ist auch wie immer limitiert. Deswegen geht auf den ersten Link in der Beschreibung, gönnt euch was und jetzt weiter geht's. Bro, ich sag dir ehrlich, ich nehm mein Auto. Niiiin. Niiin. Lumex ist einfach mit dem Auto durch diesen Schredder durchgefahren. Das will ich jetzt nochmal sehen, dass er da... Hä? Tschüss. Nein. Das ist jetzt echt nicht sein Ernst, oder? Lumex, gibt's ja nicht, Alter. Ich muss wieder von vorne starten. Nee. Tschüss. Doch nicht. Doch nicht, oder? Niiiin. Niiiin. Oh Mann, ist das ärgerlich. Nein. Niiiin. Höh? Digger, was? Mich hat's erwischt. Mich und dich hat's erwischt. Dich hat's auch erwischt schon wieder. Oh, Hilfe. Hilfe, Leute. Ich muss eher nicht vom Mr. Scary fliehen, sondern vom Mr. Lumex muss ich fliehen. Bro, ich bin in die falsche Richtung. Ich bin wieder zurück, ich Idiot. Ja. Ja. Das wollte ich... Moment mal kurz. Warte mal. Das ist eine Falle gewesen, oder? Ah, du hast es zu gefahren. Ja, ich sehe es. Okay, entspannt sie, mannt sie. Er will hier auf Wettbewerb... Ah! Die Leute hat mich fast eingequetscht. Aber ich schaff das, Bro. Ich schaff das. Auch ohne 5000 Robux auszugeben in diesem Video. Ey, komm. Ey, Bro, bitte. Bitte. Bro, lass mich bitte nicht jedes Level zweimal machen, ey. Er lässt mich jedes Level zweimal machen. Komm schon, Junge. Wir müssen hier vorankommen. Komm doch hoch. Traust du dich? Was hast du denn... Oh, nee. Ey, Lumex. Komm doch hoch, Bro. Nee. Äh, ich weiß nicht so richtig, Bro. Ich weiß nicht so recht. Ich hab keinen Bock. Ey, was... Junge, der ist halt wirklich... Lass mich jetzt durch hier. Wir müssen aus der Mansion von Mr. Scary raus. Ja, komm doch. Äh, ja, wirklich. Nein, nein, Bro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ganz große Klasse, Alter. Der große Preis geht an Lumex. Und ja, immerhin kann ich jetzt hier durch. Gar nichts. Tschüss. Oh, nee, Mann. Okay, aber jetzt. Aua, aua, aua. Bro, 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 ich fall. Ah. Was? Wo? Wie? Was? Oh, Digga, tschüss. Was ist das denn? Oh, nein, jetzt fall ich auch. Und... Wuuu. Ja, badabadu. Okay, das ging cool. Das war cool. Das war lustig. Äh, Bro, wo bist du eigentlich? Ja, ich bin hier. Na, da bist du. Okay, okay, okay. Nicht hereinfallen, Bro. Nicht hereinfallen. Nein. Nicht hereinfallen. Nein. Ja, guck mal. Ich lebe noch. Ich lebe noch, Bro. Nein. Das hat nicht so gut geklappt. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Oh, er hat einfach das Haltes im Schiffen. Wuuu. Wuuu. Ich sag's dir, er fällt gleich runter. Oh, Lumex. Hilfe. Er macht halt den hier. Guck mal, wie schnell ich bin. Ja. Oh, mein Gott. Okay, Knopf ist gedrückt. Nein. Ich hab... Ja. Yes. 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 Nein. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Lumex macht's jetzt auf hektisch. Mektisch. Na, ich wollte nur ein bisschen rumpfen mit meinem Auto, man. Aua. Er ist einfach noch ein Ball runtergefallen. So, weißt du was, Bro? Ich glaube, ich ziehe jetzt hier durch, ne? Also... Nein. Ich hab nicht so ein fancy... Aaaaah. Alter, geht das schnell. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey, wenn du das Auto hast, bist du hier noch schneller? Ich weiß es nicht. Natürlich. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Salto. Ich hab... Ich bekomm keinen Boost. Oh, mein Gott. Aua. Ey, ich weiß nicht. Ich glaub, ich laufe jetzt straight in Mr. Scarys Kopf rein. Nein. Warte auf mich. Und man kann so Saltos machen, Digga. Wie cool. Bro, ich bin in Mr. Scarys Kopf drinne. Und ich mach Saltos. Wow. Das sieht ja sehr gruselig aus, Mann. Oh, mein Gott, Bro. Das ist wirklich Mr. Scarys Kopf. Ja. Das ist... Und ich bin mitten in den Grünschleim gefallen. Oh, ich bin auch drin. Nein, nein, nein. Oh, warte mal eben. Warte mal eben, Bro. Iiiiih, was ist das denn? Ey. Ich hab gehört, hier kannst du das Auto nicht benutzen, Bro. Ja, das ist schön, ne? Ja, ey, aber... Ey, das würde ich lieber nicht... Hä? 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 Was? Was? Was steckt unter mir? Nein, du musst mich jetzt befreien. Nein, das geht sonst nicht. Dann fahr ich aber runter. Dann fahr ich runter. Ich häng am Kasten. Ja, du musst mich jetzt befreien, Bro. Ah! Ja! Oh, Gott. Ich hab mir mal selbst eine Falle gestellt. Ja, das hat wohl nicht so gut geklappt, Bro. Das hat diesmal nicht so gut geklappt. Aber ey, äh, ich seh... Ey, Moment, du hast das Auto doch benutzt. Natürlich. Cheater. Einfach Cheater, Lumex. So, was soll ich benutzen? Benutze diese Kisten, um aufzubauen. Ey, jetzt musst du mir aber helfen, denke ich. Jetzt müssen wir helfen. Hier müssen wir stapeln. Oh, boing, 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 boing. Okay, so. Pff, wuuu. Er slasht. Wuuu. Wuuu. Komm, komm, komm. Wuuu. Ey, okay, das ist ja ziemlich cool. Aber du musst hier jetzt die Kisten aufbauen. Ja, warte, ich hole eine Kiste. Zack, 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 zack. Okay, entspannt. Man muss die so stapeln, ne? Ja, ja, ja. Lumex ist da unten, Leute. Er trödelt. Er ist nicht so ein schneller Typ. Aber jetzt wird's gruselig, glaube ich. Ich warte mal auf Lumex. Ganz fairerweise. Warte ich mal auf ihn. Nee, nee, nee. Und eingesperrt. Und runter mit dir. Nein, nee, nee, nee. Es klappt einfach nicht. Ich hab diese Tricks ausgegeben. Ey, bist du nicht reingefallen? Nein, guck mal, wo ich bin. Hey, das gibt's nicht. Oh, nein. Ja, da bist du reingefallen, ne? Jetzt ist er da. Okay, okay. Nein, danke. Also, es ist auch die brauche ich jetzt nicht. Er macht einfach... Bro, wir sind im Kopf von Mr. Scary. Wie kannst du dort mit einem Auto rumfahren? Ey, was willst du? Was willst du? Was willst du, Bro? Was willst du? Ah, nein. 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 Ja. Das kann nicht sein, Mann. Kann doch nicht sein, ey. Das ging wohl nach hinten los, ne? Würde ich sagen. Ja, so ein bisschen. Aber ich würde auch sagen, äh, was auch immer du da gerade planst. Wir werden die Bouncepads. Oh, ich bin daneben. Ich auch. Oh, nein. Aber ich hoffe nicht, ich hab ein Checkpoint. Ja. Ja. Ey, was willst du, wenn ich mit dem Auto draufspringe? Ich weiß nicht. Oh Gott. Das passiert gar nichts. Er springt einfach nicht. Er kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Jetzt. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh, dumme Aktion. Oh mein Gott. Das ist übel schwer, Bro. Das ist richtig schwer. Ey, Mann. Was ist das? Wir sind einfach in einem Kopf drin und bei ihm bouncet es einfach mit Trampolin und so. Das bouncet einfach. Ich hab ne Idee. Ja, man muss da hoch. Ja, man muss da hoch. Ja, man muss da hoch. Jetzt check ich's. Wow. Okay. Wow, Alter. Du hast mich gejumpscared. Der kam einfach so von dem Winkel. Warte. 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 Hörst du schon an diese Pomni? Das war doch wie dieses unendliche Ende, weißt du? Dieses, äh, dieser Void. Ja, bei Pomni, digitaler Zirkus. Ich glaub, du bist im Void. Ey, yo, hier ist die Galaxie. Bro, du findest mich niemals, du findest mich niemals, Bro. Ich hab mich versteckt. Ich seh dich da unten auf der Platte. Äh, aber komm mal, komm mal. Ich seh dich, Mann. Ich seh dich. Komm ich hier wieder hoch? Jetzt musst du auch in die Galaxie eintauchen. Nein! Ja, doch. Musst du, musst du. Alter. Junge, das sieht so komisch aus, wenn sich das dreht. Man hat, man, 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 es wird einem richtig übel. Wuhu. Ey, da oben hängt eine Lampe. Da oben hängt aber eine Lampe an der Decke. Ja, hier eine Deckenlampe. Wuhu. Wuhu. Digga, ich bin zu dumm. Ey, ihr kriegt's einfach nicht hin. Ich glaube, mit dem Auto ist es schwerer. Ja, ja, aber das ist das Lustige. Ja, denke ich auch, denke ich auch. Aber ey, ich krieg das ohne Auto hin. Hier, guck mal. Junge, es ist riesig schwer. Ich schaff das nicht. Hey, aber immerhin gibt's dieses Mal nicht so ein Item, mit dem du rüberfliegen kannst auf Wolke 7. Ja, aber das war krass. Oh nein. Was ist das da hinten? Lumex, ich warte auf dich. Wir springen gleichzeitig da rein. Okay, okay. Oh mein Gott, was ist das? Das sieht aus, als wären die Takis irgendwie zerschreddert durch eine eigene Galaxie. Äh, Lumex? Ja? Was machst du da? Ich seh dich da am rumfliegen. Ich komme. Der ist da am rumfliegen. Bro, was ist das? Warum sieht das so aus? Warum sieht das so aus, als hättest du ein Jetpack oder so an? Ne, ne, Bro. Ich komm rüber gelaufen. Ich seh dich aber. Ich seh dich doch, du. Ja, ich bin drüber gefahren mit meinem Auto. Ja, okay, dann springen wir jetzt rein. No! Hä? Jo! Was? Wie du da auf dem Boden gelegen hast. So, du. Du warst da einfach so. Puma, Bro. Da ist Mr. Scary. Nein. Wird es jetzt ein Fight geben? Oh nein, ich glaube schon, Bro. Okay. Kann ich auf ihn drauffliegen, Bro? Probier das mal aus. Oh mein Gott. Wir kämpfen jetzt. Wir kämpfen gegen Mr. Scary. Bro. Sein Kopf ist einfach abgefallen. Hilfe. Oh, Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat Laserstrahl. Aua. Alter, ich bin ihm gerade noch so ausgewichen. Puh. Der hat mich hops genommen, Bro. Komm, ey, ey, ey. Der ist strong. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Mr. Scary ist es gleich vorbei. Oh mein Gott, Bro. Guck mal, ich hab ne Meter. Ich kann mit meinem Auto fahren und schießen, Junge. Guck mal. Oh, come on. Ja. Ja. Ich hab ihn besiegt. Warte, ich hab ihn auch gleich. Ich hab ihn auch gleich. Komm schon. Okay, ich dreh mich noch nicht um. Ich dreh mich noch nicht um. Ich hab ihn auch. Let's go, Bro. Komm. Geh durch das Mysterium. Oh mein Gott. Das ist krass. Das war's noch nicht. Oh mein Gott. Das ist schon krass, Alter. Yo, Bro. Wir müssen in den vermüsteten Wald reingehen, Bro. Nein, Mann, ey. Okay, Bro. Dann gehen wir jetzt eben durch den verbotenen Wald. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen, Bro. Ich hab Angst. Hier ist Autoverbot. Der ist hinter dir. Der ist hinter dir. Der ist hinter dir. Bro, hier ist Autoverbot. Oh mein Gott. Hier ist Autoverbot. Hier ist Autoverbot. Hier ist Autoverbot. Er kommt. Er ist hinter uns. Er ist immer noch da. Okay. Renn, Bro. Ihr kommt. Renn. Wo? Okay, da lang. Hier ist Musik. Hier ist einfach so eine schnelle Musik. Schneller. Er kommt immer näher. Beiei dich. Oh, Jugendhilter kommt wirklich näher. Das ist schneller als wir. Das ist schneller als wir. Komm, 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 komm. Na los, na los, na los, na los. Renn, Bro. Renn. Ja, mach, mach, mach. Ich beeile mich. Vielleicht helfen die Pilze. Vielleicht machen die einen schneller. Nee. Ich dachte, das sind diese blauen Pilze aus Fortnite, ey. Wo man da spielen kann und so. Nein. Blauen Pilze aus Fortnite. Wir müssen springen, Bro. Wir müssen springen. Okay, ich bin gleich da. Ich bin gleich da, Bro. Er ist jetzt direkt unter dir. Yo. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich bin im Wasser. Ich sehe nichts. Ich bin im Wasser. Ich sehe auch nichts. Bro, da vorne. Da vorne ist. Da vorne ist er immer noch. Bro, was ist. Was machst du da gerade? Hä? Äh. Guck mal, ich hab U-Boot. Hey, wo bin ich? Yo, er hat einfach ein U-Boot. Bro, ich sehe nichts mehr. Ich bin weg. Ach, da bin ich. Woo. Ja, ich sehe dich auch irgendwie so in etwa. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja. Hey, ich bin am Dancen, Bro. Ich glaube, ich hab gewonnen. Also zumindest wir haben gewonnen, Bro. Wir haben gewonnen. Wir sind ausgebrochen. Ja. Wir sind ausgebrochen aus Mr. Scary Mary's Mansion. Junge. Ey. Bro, wir werden mich schon befreit. Du bist nicht ausgebrochen, Bro. Du bist immer noch im Gefängnis. Jetzt in meinem Gefängnis. Ich spreche aus. Hallo. Let me out. Jawohl. Was ist hier? Let's go, Leute. Wuuuuh. 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 Wuuuuh.